wir haben hier etwas verstärkungen haben will ja und zwar hier unser zwei wir haben einen besonderen schall also kein standard diejenigen die hat gerne trinken können sich gerne bei mir melden ohne farbstoff sehr wichtig ja also unser was wir kaufen immer schmeckt richtig lecker also schmeckt auf jeden fall leckerer als die ganzen anderen schall dabei ist ja viel so farbstoff mindestens 50 prozent aber auch alle ist mit farbstoff aber hier die was wir trinken ohne deswegen auch ganz andere farbe und auf jeden fall handel lecker also ziemlich lecker man schmeckt es auch raus man schmeckt es wirklich raus so wir haben jetzt ein video gemacht da haben wir noch mal aufgezeigt dass der esel jetzt sich verwandelt hat in einem in einen 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 affen affen wir werden nicht mehr esen sondern die ten so cheater oder makaka das aus dem grund auch allein weil er sagt er sieht aus wie ein affe er sagt er sieht aus wie ein affe nur aus dem grund das heißt er hat selber bestätigt dass er nachfurt ist weil wir sehen nicht aus wie achten aber wenn er sagt er sieht aus wie ein affe dann werden wir ihnen in zukunft in schalla will affe nennt cheater ten so makaka das gibt mir hat mehrere namen ja nicht mal gucken im namen suchen wir uns aus ja und werden ihnen in schalla dann so bezeichnen weil er immerhin sagt selber dass er wie ein affe aussieht so also esel hat sich verwandelt in einen affen die ten so makaka cheater ja was auch immer aber auf jeden fall im letzten video haben einige schieten unter kommentare reingeschrieben also youtube unter beschreibung kommentare ja guck mal es gibt so viele skelette und so adam kann nicht der erste mensch seine subhanallah das zeigt einfach dass diese menschen wirklich richtig verlogen sind alles schieten tun ich habe mal gedacht das ist eine religion ich habe mal etwas respektiert aber mittlerweile kein respekt mehr es gibt wirklich von diesen arten von schieten zu viele dumme so viele kranke menschen den koran den propheten den koran den musaf widersprechen und die wollen beweisen dass der koran nicht die wahrheit sagt dann kommen die irgendwie an und sagen wo steht im schrieb adam der erste mensch das haben wir schon aufgezeigt was wollen wir noch aufzeigen wenn was man sagt dass er adam erschaffen hat und dass er die ganze menschheit von adam kommen dann ist es der erste mensch wie könne eins plus eins rechnen das ist zwei eins plus eins ist nicht hundert oder tausend ist immer zwei und wenn er sagt dass wir alle unsere vorfahren adam ist da kann man nicht sagen davor gab es auch noch menschen weil wir werden ja es mensch bezeichnet als mensch bezeichnet man kann es sagen vorher gab es menschen wenn alles mal auf dem koran die sache gar nicht erwähnt aber auf jeden fall wollen die versuchen die subhanallah den glauben mit der wissenschaft zu messen und das ist gut auch wenn du den koran mit der wissenschaft messt prüfst schaust ob der koran die wahrheit sagt weil du das mit wissenschaft vergleichen willst ist es ein käfer weil ein muslim der stabil wenn er die zeichen sieht nachdem er die zeichen gesehen hat bleibt der stabil fest und nicht irgendwelche kuffer kommen sagen was behaupten was und man glaubt gleich daran erst mal ja nirgends im koran steht geschrieben auch keine überlieferungskette keine authentische überlieferungskette wo es heißt ja adam ist keiner vor 100.000 jahren vor 10.000 jahren von millionen jahren ja hat alles man erschaffen es gibt weder zeit der zeit der ist nicht bekannt keineswegs im koran wann allah ta'ala adam erschaffen hat deswegen kann man auch nicht davon ausgehen dass jetzt hier ein skelett gefunden wurde diesen millionen jahr alt aus dem grund kann adam nicht der erste mensch sein das ist das ist das ist quatsch weil es gibt kein zeit dazu klar laut bibel haben wir so ein bisschen gerechnet weil bibel hat chronologisch ist ja haben die versuch zu rechnen und haben 6.000 8.000 jahren alle haben die herausgefunden dass adam vielleicht 8.000 jahre alt sein kann aber im islam also im koran ist ja nicht chronologisch erstens und zweitens steht da kein zeil dass er vor mohammed in diesen 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 zeitraum adam erschaffen hat steht nicht geschrieben da das nicht geschrieben steht und es gibt auch keine überlieferungskette dazu keinen authentischen hadith es gibt einige gelehrten die auch irgendwas gesagt haben dies und das die vermutet haben aber so ganz klar eine eine quelle dazu ein beweis dazu gibt es nicht weder im koran noch ins zimmer noch beziehungsweise noch irgendwo ein hadith das heißt da können wir jetzt schon mal ausschließen ja dass irgendwelche skelette gefunden werden und dadurch man beweisen will dass adam alles salam nicht der erste mensch ist erst mal das das muss euch mal bewusst werden und zweitens was ist wissenschaft wir müssen das mal verstehen was wissenschaft bedeutet zum beispiel allahs mal mutter sagte mbi 30 sehen die ungläubigen nicht dass der himmel und erde eine einzige dichte masse war die wir dann spalteten das hat allahs mal am koran die wissenschaft sagt himmel und erde alles war eine einzige masse die hat sich gespalten das sagt allahs mal am koran das ist mit wissenschaft vereinbar ja aber trotz allem ist das was die wissenschaft sagt eine theorie eine theorie das heißt es kann sein das kann nicht sein aber was hat im koran genauso 1400 jahre davor schon sagt man was kann am koran dass der himmel und der erde eine einzige dichte masse war dann hat allahs mal total gespalten ja das ist die big bad theorie wissenschaft sagt big bad theorie wir sagen zu 21 was 30 ja 30 so einfach ist es und die wissenschaftler sagen big bad theorie aber trotz allem ist es eine theorie das heißt es kann ja sein es kann auch nein sein weil es im koran geschrieben steht nehmen wir das an wissenschaft und koran ist vereinbar ja das noch mal zum verständnis aber jetzt was es glätte angeht das ist auch nur eine theorie was man vermutet es könnte eine million jahre sein es könnte auch weniger sein es könnte auch sein dass sie falsch liegen so 100 prozent können die alles sagen dass diese 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 sachen richtig sind evolutionstheorie nur eine theorie es ist kein fakt aber jetzt sagen wir mal allahs malo tala sagt im koran wo er der bade walika da hh da hh bedeutet also er hat danach nachdem er die art die erde umrundet rund gemacht die erde da hh es rundet und jetzt bevor die menschenheit die erde verlassen haben haben die auch diese theorie gehabt dass die erde rund sein kann aber nachdem sie die erde verlassen haben hat man das gesehen und dass die erde rund ist und nicht scheibe rund und nicht scheibe das haben wir gesehen wann nacht also es war erst mal eine theorie gewesen die wissenschaftler haben gesagt ja so könnte es sein oder alles rund man schon sagt nein das ist scheibe er gab es halt die meinungsverschiedenheiten unter den wissenschaftlern aber nachdem sie jetzt aus meiner satz im koran so oder so schon dass die herde wie eine eigene wie ein eist schreiben hier geschwister wie ein eist sagt allahs malo tala so oder so im koran ja aber nachdem man halt die erde verlassen hat verlassen hat hat man natürlich auch gesehen dass die erde rund ist das was die war wurde dann wurde fakt das heißt man muss daran glauben bei unseren eigenen augen kann man heute sehen es gibt bilder nachdem man die erde verlassen hat hat man bilder gemacht videos und so weiter und so fort das könnte man sehen das heißt die wissenschaft ja nachdem also das ist fakt das ist klar und deutlich ist keine theorie mehr eine klare sache und was skelette angeht wie gesagt das ist eine theorie eine vermutung was sein kann was auch nicht sein kann das ist nicht zu 100 prozent was man sagen kann jetzt okay gucken an so und so viele jahre haben wir jetzt skelette gefunden unter fossilien gefunden die sind millionen von jahren nein das kann auch weniger sein das kann auch mal das kann auch falsch sein von kurzem haben die irgendwas entdeckt ich weiß nicht was es war da haben gesagt das million von jahren am ende war es aber nicht der fall gewesen haben die später doch die neuen wissenschaftler wieder die späteren haben entdeckt es war falsch das war immer so eine fälschung was gewesen dass jemand muss immer halt versuchen man kann nicht wissenschaft mit dem koran messen das ist kuffo das ist falsch das zeigt einfach nur dass du zweifelst ja und dass du nicht wirklich fest daran glaubst wenn das einzige was man machen kann oder andersrum den koran mit dem wissenschaftler vermessen das einzige was du machen kannst ist wissenschaft mit dem koran messen und nicht den koran mit dem wissenschaft messen sehr wichtig das heißt du kannst einfach gucken ob die wissenschaft die wahrheit gesagt hat mit koran und nicht ob der koran war ist mit wissenschaft das ist kuffo also das muss man bewusst werden das natürlich den schied nicht bewusst kommen an und sagen dokumentarfilm guck mal hier und das was für dokumentarfilm wer interessierten dokumentarfilm kannst du wirklich den koran mit dem dokumentarfilm vergleichen das sind erstmal kuffa nicht vertrauenswürdig vielleicht sind es atheisten vielleicht leute von charles darwin und dies und das die halt sowieso gegen gott sind sataner shayatin die mit shaitan zusammenarbeiten woher weißt du ob es überhaupt richtig ist wir nehmen wissenschaft was klar und deutlich ist 100 pro fest ist fest und die wirklich auch nicht die religion bekämpfen will die nehmen wir an als wissenschaftler und dann kann man natürlich gucken was sagt der koran ist es dann zumindest vereinbar diese sache wie kann man die sache verstehen man leugnet immer noch nicht ab weil der koran kannst ja nicht verleugnen du kannst den koran verleugnen das einzige was du verleugnen kannst ist wissenschaft weil der koran hat dir so viele zeichen gesetzt ein 200.000 10.000 100.000 krass ich die 100.000 zeichen auf einmal zur seite legen wegen einen einzigen sache also es muss erstmal bewusst werden dass der glaube immer vorangeht und nicht dass man hinter wissenschaft geht sondern geht hinter koran und das ist ja und es gibt keinen einzigen überlieferung was authentisch ist wo es heißt dass adam so und so 4000 jahre alt ist es gibt einige gelehrten die das behauptet haben aber wie gesagt diese sachen sind nicht authentisch oder beziehungsweise vermutungen und wenn es irgendwelche hadith geben sollte sind auf jeden fall nicht authentisch nicht authentisch mit den visiven drücken sein wenn du ein sehr wenigstens Luc nombre sagt man die märkte vorlesen oder man sie jetzt ja nicht mit dem Jan sie macht sie oder aber ich kann die märkte so du wirst du das wollen carter so du wirst jetzt nicht hier das da vers clössig so du wirst mir doch nicht dass du wirst du bist du wirst... so du wirst du wirst spätigern